Ihr wolltet von mir Messi Air Force sehen? Wir machen Messi Air Force. Zwar in so einem geilen Style, dass die im Alltag tragbar sind. Als allererstes brauchen wir hellblau, like Argentina. Erstmal eine entspannte Base für Schuhe schaffen. Clean abkleben, weitermachen. Vorne, seitlich und auch hinten wurden Akzente gesetzt. Das war Step 1. Das bedeutet viel abkleben, clean arbeiten. Dann wurde ich zum Architekten, den Schuh ausmessen. Ich hab mir dann zwei geile Grafiken rausgesucht. Die eine kam auf den linken und die andere auf den rechten. Beide in dem hellen Grau, was ich mir auch selber angemischt hab. Ich wollte halt nicht großartig was Buntes nehmen, sondern was Alltagtaugliches. Auf die Zunge und den Innenseiten dann noch die Messi Amps. Und auf die hinteren Seiten des Schuhs die Nummer 10. Am Ende wurde der Schuh dann noch versiegelt, meinen Take dran geballert. Markiert den größten Messi Fan, den ihr kennt. Hier kommt das Ergebnis.